Entering and defying the odds. Aber daran erinnere ich mich auch. Daran erinnere ich mich auch. Au. Sehr schön. Okay, perfekt. Perfekt. Ich erinnere mich auf jeden Fall. Du brauchst einen blauen Key, um dieses Objekt zu aktivieren. Okay. Fünf Secrets haben wir auch an der Zahl. Ja, ja, ich erinnere mich an die Map definitiv. Oh ja, das war glaube ich eine der besten, wenn nicht vielleicht sogar theoretisch die beste. Aber die war, die war unfertig eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was man daraus gemacht hat. Hat man die unfertigen, hat man die um die unfertigen Stellen ergänzt? Hat man die einfach nur rausgecuttet? Da war sehr viel Map noch, was theoretisch vorhanden war, aber halt noch nicht fertig und unzugänglich. Und halt auch ohne Monster. Aber gut, wir haben hier echt eine Menge Zombie-Man. Dann wundert's mich langsam auch nicht, dass da so viele Gegner drin sind. Waren das beim letzten auch so unglaublich viele? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es in Hellcore Maps gab, die allzu, also die so ultra lang gedauert haben. Aber weiß ich auch gerade nicht mehr genau. Okay, das ist jetzt natürlich gemein. Sehr schön, mehr ist erstmal nicht wichtig. So, sehr schön. Jaja, ich weiß auch noch, da gab's eine Stelle drin, die, glaub, echt, echt assi war. Was, äh, Schwierigkeit angeht. Wo man wirklich aufpassen muss. Hier gab's auch irgendwo einen Raketenwerfer in einem Secret. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch, aber wo der nochmal war, fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Ich glaub, hier war nämlich irgendwo so eine Stelle, wo dann... Irgendwie... ...mehrere Archivals und Revenants auf einmal einen überrascht haben. Genau, und ich glaub, das war sogar hier bei der... ...Soulsphere. Warte mal, ich mach mal lieber die Ims weg. Mach mal lieber die Ims weg. Na gut. Dann probieren wir das mal. Okay, aber ich glaub, die Stelle wurde entschärft. Ich glaub, die Stelle war... ...war schlimmer im... ...im Original. Wenn ich's noch richtig weiß. Ich weiß auch nicht, ob ich hier noch irgendwas machen muss. Sieht hier nämlich grad sehr optional aus. Da scheint nichts zu sein. Aber who knows? Na. Na. Erwischen wir die hier? Na, nicht so. Und jetzt, wo sie hier sind, kann ich sie vielleicht endlich mal kurz weg machen. Dann ist das erledigt. Das sind echt sehr viele von euch. Was macht ihr denn da oben alles? Das ist ja unglaublich. Na. Gehen wir da mal hin. Gehen wir da mal hin. Gehen wir da mal hin. Wir können da nicht hin. Gemein. Zumindest noch nicht so einfach. Vielleicht ja hier rüber. Büroräume. Die gucken wir uns natürlich auch an. Hier haben wir viel Schruflinten-Muni. Kann man sich merken. Mal gucken, was hier eventuell an Gegnern drin ist. Falls hier was an Gegnern drin ist. Aha. Security Vault. Ist das hier irgendwo? Hm. Ist auch nicht Pseudoperma. Das heißt, da muss man sich sogar beeilen. Theoretisch. Ah. Das ist jetzt neu. Ah. Ah. Schön. Ich würde sagen, die sind erstmal alle ausgeschaltet. Und wir gönnen uns die rote Karte. Was ist das hier? Irgendwas, was permanent ist? Es ist schon echt heftig, wie viele von euch da sind. Oh. Ach lol. Man kommt da ja sogar einfach hin. Ah. 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 Jetzt verstehe ich langsam, wie es zu dem Monster column kommt. Ah. Ah. Oh, fuck. Ja, hu. Ganz vergessen, eure Raketen verfolgen mich, ja. I need. Danke. So. Zack, zack, zack. Jetzt schnappen wir uns das hier alles. Ja, ich glaube, dieser ganze Bereich da hinten... Ah doch, der ist inzwischen. Das sieht inzwischen danach aus, als könnte man da hin. Den hat man vielleicht inzwischen tatsächlich gemappt. Nice. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Sehr cool. Okay, wir haben dort noch etwas, was ich mir anschauen will. Auf der Map sieht man es eventuell schon, was es ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier noch etwas aktivieren können mit der blauen Karte dann irgendwann. Ha. Na gut, ich glaube, das könnte auch einfach... Das könnten Teleporter-Räume sein. Ja, gut. Dankeschön. Oh, hier ist diesmal der Raketen-Werf einfach so. Ja, kein Problem. Au. Gemein. No. Sehr schön. Ich höre schon Nardschwall. Na gut. Aber hier geht es nicht weiter. Ah. Hui. Wir räumen auch ganz ordentlich auf, würde ich mal sagen. Ich spare mir die Raketen auf jeden Fall. Ihr seid hier in dieser Situation nicht annähernd gefährlich genug, als dass es den Einsatz von Raketen rechtfertigt. Sehr schön. Okay. Na da werden wir die blaue brauchen. Das heißt, da gehen wir gar nicht erst hin, erstmal. Okay. Gemein. Ah. Komm, aber zurück. Sehr schön. Einfach. Und auch wieder gehen. Aber was, was muss ich hier machen? Ist das einfach nur zum Leute töten? Könnte sein. Ich meine, warum nicht? Hier haben wir die Gelbe. Scheiße. Ei, ei, ei. Nee. Ei, 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 ei. Ah. Au. Oh, oh. Sehr schön. Zur Not wäre ich da einfach abgehauen. Ah, 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 ah. Gemein. Nicht schnell genug gewesen. So. So. Okay. Okay. Muni rausgeballert. Sehr, sehr viel. Oh je. Mhm. Elegant gelöst, würde ich mal sagen. Ich höre noch mal einen Arzschweil. Ich glaube, das hier ist auch alles neu, oder? So, irgendwas haben wir hier aktiviert. Oha, was geht denn hier ab? Können wir da runter? Nee. Oha. Au. Autsch. Ei, 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 ei. Meine Muni geht echt langsam leer, ne? Okay, wir haben hier eine verschlossene Tür. Das hier ist aber permanent. Hm. Gehen wir mal noch mal zurück. Aber gut, wir haben jetzt auch die gelbe Karte, ne? Weiß, vielleicht müssen wir hier auch später erst wieder hin. Würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Okay. Na, Sachen teleportieren sich rum. Okay. Okay. Oh, je. Mhm. Oh, fuck. Ei, 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 ei. Sehr schön, sehr schön. Noch mehr von euch. Oh je, oi, oi, oi. Ich meine, wenigstens haben wir jetzt wieder schön viel Schrotflintenmuni. Da, ha, ha, ha. Oh, oh. No. Ei, 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 ei. Knappes Ding hier. Ja. Oh, fuck. Sollen wir mal gucken. Ja, der Archweil wird jetzt gemein sein. Gucken wir erst mal auf die andere Seite. Das Schöne ist, wenn wir Glück haben, kommen die jetzt hier eher zu mir. Oh, nein. Oh, fuck. Ich dachte, ich hätte den schon gekillt. Jetzt bin ich ja auch auf der falschen Seite. Erst mal hier hin. Sehr schön. Mist. Ja, nicht so einfach. Das Ganze. Vor allem, weil die auch wirklich unkooperativ mit dem Movement sind. Ja, schön. Also. Ei, ei, ei. Hier macht es mir aber auch nicht einfach. Hier gerade. Oh, wow. Mhm. Oh, oh. Mist. Ja, da kam schneller als gedacht rum. Das waren alle? Ja. Zumindest hier auf der Seite. Wo kommen wir denn hier eigentlich raus? Ah. Das ist wahrscheinlich permanent. So. Perfekt. Mhm. So. Zack. Wunderbar, wir haben die blaue Karte. Uns geht's mäßig bis schlecht. Eigentlich geht's uns eher schlecht, seien wir ehrlich. Es geht uns echt nicht allzu toll. Aber, wir haben die Karte. Yay. Das heißt, wir können jetzt erstmal zu diesem ominösen Objekt gehen. Was passiert denn hier hinten? Da, fuck! So. Da. Das war wichtig. Das war wichtig. Wo kam ihr denn her, ey? Wahrscheinlich kam hier ein Archweil raus und hat alle wiederbelebt. Aber ein paar Barons, glaube ich, auch. Also ein paar Barons kamen da auch mit. So. Nee, nicht hier. Das ist eigentlich voll optional. Die könnte man auch einfach, die könnte man, glaube ich, auch einfach komplett ignorieren. Wenn man wollen würde. So, gucken wir erst mal. Mega Armor. Danke. Danke, 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 danke. So ganz secret. Sagte ich mir fast schon. Weil das nicht. Weil das nicht offensichtlich ist. Weil das nicht offensichtlich ist. Das hier, ja, weiß jetzt gerade auch nicht, wie man das nochmal bekommen hatte. Ich glaube, dass man hier irgendwo, irgendwo hier, irgendwo hier, irgendwo hier kam er, glaube ich, rein, wenn ich es noch richtig weiß. Zumindest kam er da auch noch irgendwie raus in den Außenbereich, zumindest in der Original-Map. Ah, nee, warte, wir müssen, wir müssen, wir müssen doch da hinten lang, das ist gar nicht optional, die zu töten, die Leute. Tatsächlich nicht. Ähm, ich würde mal ganz kurz hier nochmal, jetzt doch bestimmt noch schönen Muni für mich. Heyo. Nehmen wir doch mit, die ganzen schönen Bullets. Okay. Und. Let's go nach oben. Initek. Ein Secret, nehme ich mit. Das. Ja, ja, und das hier war alles nicht fertig hier, hier oben. Ich glaube, man konnte hier zwar hin, aber ich glaube, hier rein konnte man noch nicht. Ja, ja, ja. Ach, du Kacke. Ja. Sehr schön. Ich warte hier erst mal. Na. Wow, wir haben ihn einfach gekillt. Ihr seid brutal. Oder kam man da rein? Ne, ich glaube nicht. Bin mir relativ sicher. Nein. Na ja, ich mein. Ich sag dazu nur, ich hab ne Doppelläufige. Und ihr seid neben Gruppe. Name a more iconic duo. Oh, I'll wait. Ich glaub, wir machen danach nochmal einen Abstecher zu den ganzen toten, äh, Shotgunnern. Und gönnen uns den Nachschub. Okay, allzu viele Gegner sind es nicht mehr. Hier ist zu. Hier auch. Nichts mehr für mich. Okay, hier kommen wir nicht so einfach lang. Aber hier auch nicht. Oh. Oh. Nice. Äh. Hm. Ich weiß, dass ich viel Schlupf und Munition wieder zurückkriege. Vielleicht sogar voll, also. Machen wir das so. Kann auch gut sein, dass hier dann das neue Exit ist, ne? Ja. Hier haben wir tatsächlich das neue Exit. Okidoki. Dann haben wir aber... Hier waren wir noch nicht drin. Ich glaub, da ist wahrscheinlich auch noch ein Secret bestimmt. Wir müssen nur wissen oder rausfinden, wie wir das öffnen können. Wird wahrscheinlich schon irgendwie gehen. Guck mal, da ist sogar ein... Ach nee, das war das Secret, äh... Wo die Raketen drin waren. Hier, hier, hier. Da müssen wir irgendwie noch reinkommen. Wie wir das hinkriegen, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja immer noch nicht fertig. Aber was ich zuallererst mache, ganz kurz... ...ist natürlich... ...zu den... ...Shotgunnern gehen. Oh yeah. Hier haben wir doch ein absolut famoses Fest angerichtet. Oder nicht? Oh, guckt mal. Die ganzen schönen Schrotflinden. Ajo. Da sind wir wieder voll. Und das finde ich... ...voll gut. Höre ich da gerade. Ich habe doch da jemanden grunzen gehört gerade. Oder? Ist hier ein Shotgunner fährt irgendwo? Nee. Warte kurz. Das will ich ganz kurz. Ah, oh no. Die haben es nicht rausgeschafft, die Armen. Naja, dann dürfen die da drin bleiben. Ich schaue mal nach den Secrets. Okidoki, die Secrets. Und zwar in diesem Raum hier. Man nennt sich vielleicht hier mal eine Supercharge. Und... ...wenn man hier... ...drum herum geht, ist hier einfach noch ein Berserkpack. Und ich habe es einfach nicht gefunden. Dabei liegt es hier einfach rum. Super, oder? So, nächstes Secret. Ähm, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Security Vault. Und da müssen wir uns auf jeden Fall... ...beeilen. Und blub. Hier, äh... ...triggert man das Secret. Äh, ja. Wir kommen auch wieder raus. Nett, oder? Super freundlich. Aber ja, da kriegen wir auch eine Plasma dran. Das ist doch absolut super. So, die zwei Kills wissen wir. Die haben es nicht geschafft. Die armen... ...die armen, armen Dinger. Naja. Ist, wie es ist. So, ab nach da oben in den neuen Exit-Bereich. Jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken, ob man da noch irgendwie reinkommt. Und das machen wir ja auch mal noch schnell. Ne, tatsächlich nicht. Ist nach wie vor ein... ...unzugänglicher Bereich. Äh... Können wir uns nochmal anschauen. Habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch gemacht. Aber ja, hier wäre theoretisch... Also gut, die Treppe sieht man von außen. Warum auch immer man das hier mappt, aber dann hier eigentlich hinlässt. Ich weiß es nicht. Naja. Aber gut, könnte auch einfach nur dafür sein, dass es halt glaubwürdig aussieht. Oh no, was geht denn da ab schon wieder? Ja. Und... Zack. Ja. Absolut coole Map. Sieht gut aus. Hat Spaß gemacht. Hat ein paar... ...krasse Kämpfe drin. Auch ein paar Dinge, die eher... ...ja, ich sag mal... ...witzig sind. Sowas wie diese Räume voller... ...äh... ...Zombie-Man und der Raum voller Shotgunner. Wo es halt einfach so übertrieben ist. Aber dafür hat man dann auch immer schön Munition-Nachschub, nicht wahr? Aber ja. Bisher ist das doch eine ganz feine Sache. Würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.